Und wir sollen den hier besuchen. Oh Gott, ich hasse das. Immer die gleichen Leute und ich kriege die Stimme nicht mehr hin. Dieter Baumeister. Oh meine Schwestern, ich wünschte, sie würden ihre Differenzen endlich beilegen. Was mich angeht, ich kaufe hochwertige Schokolade von jedem, der mir einen guten Preis dafür macht. Schauen Sie mal, was ich bezahlen würde. Ja. Okay. Das ist jetzt ihr Land, Motoko, und Sie sind immer willkommen. Wenn Sie drin fertig sind, möchte ich Sie um einen Gefallen bitten. Bitte bringen Sie Gerard Tenki, ein bisschen Schokolade. Da mittlerweile so vieles ins Licht gekommen ist, sollte man die beiden vielleicht wieder versöhnen. Und da wäre ein guter Beginn. Hier haben Sie ein Rezept für Mandel-Vanille-Trüffel mit Trinidad-Kakao. Würden Sie ihm ein Dutzend Kisten bringen? Ein Dutzend sind doch zwölf. Ui, 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 ui. Trüffel, Zucker, Vanille, Mandeln und Trinidad-Kakao. Dann haben wir ja eine klare Aufgabe nach Trinidad und Kakao kaufen gehen. So. Kakao. Hier kriegt man den Kakao. Ach, bei der waren wir schon lange nicht mehr. Ähm, kaufen wir auch mal tausend davon. So. Und was brauchen wir noch? Gerade mal zurecht drücken im Bett. Ach, mein Bein schläft ein. Moment. So. Ah, ich könnte mir das Rezept mal eben aufschreiben. Eben habe ich gebrüllt. Wir kriegen die Minuten nicht voll. Und jetzt kriegen wir so selten Rezepte. Aber das wird sich bestimmt noch ändern. Das ist ja momentan nur der Fall, weil ich so blöd bin. Und mich hier immer verrenne. Trinidad. Trinidad. Kakao. Ich kann mich aber erinnern, dass das damals auch so war, als ich das Spiel gespielt habe, dass ich am Ende ständig durch die Weltgeschichte gefahren bin und nicht voran kam. So, jetzt sitze ich ein bisschen anders. Wenn man auf dem Pferd im Darm sitzt, so sitze ich gerade mit den beiden Beinen an der einen Seite. Das ist einfacher, dass ich noch im Schneider sitze. Ähm. Trinidad-Kakao. Mandeln brauche ich jetzt noch. So, wo gab es die? Ähm. Toll. Aus Sulawesi komme ich aber. Gibt es nicht noch woanders Mandeln? Äh. Na gut, dann fahren wir da hin und fahren dann nach York. Naja, wir produzieren ja die ganze Zeit schön. So. Das sind noch Mandeln. Genau, das sind Mandeln. Was geht mir denn aus? Trüffelpulver mal wieder. Ich habe jetzt schon so viel, dann kann ich auch schon so ein Tausender Trüffelpulver mal leisten. So, ähm. New York. So. So. Dam, 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 dam. So. So, Mandel, Vanilletrüffel mit Trinidad-Kakao. So. Kaufen wir die Maschine. Ich freue mich ja schon. Oh je. Zweimal diese niedernden Bohnen und als andere einmal. Fünf vielleicht oder zehn, wenn ich Glück habe. Ähm. So. 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 Und das auch noch. So. Ja, läuft ganz gut. Aber man soll den Tag ja nicht vom Abend loben. So. Nein. Und schon ist was daneben gegangen. So. So. Ähm. Ähm. Das. Das. So. So. Vanille. Was ist hier denn? Ach, die Mandel fehlt. Ähm. So. Mandel fehlt. So. Ähm. Ja. Ah, dann lag ich mit meiner Einschätzung ja gar nicht so schlecht. Acht Kisten haben wir geschafft. Mit fünf Kisten. Ähm. Wie war jetzt die Aufgabe noch? Mal schon wieder vergessen. Mit dem sollten wir diese Kisten liefern. Jetzt gucken wir nochmal, wo wir waren. Wo wohnt ihr da in Istanbul? Hm. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Ich bin jetzt wieder in den Markt. Ich habe sogar noch alles. Nee. Kein Glücksspiel. Hm. Jetzt setzen wir uns wieder um. Ähm. Hm. Ach, wieso vergesse ich denn immer, wo wir waren? Was dachte ich echt, der wäre das? Die eine hat uns doch zu ihrem Mann nach Dings geschickt. Und der hat gesagt, wir sollen das abliefern. Nur bei wem? Sarah Tangy. Wo wohnt denn der? Ist das kompliziert? Hallo? Hallo?